Das große Laufband von HP Cosmos bietet mit einer Lauffläche von 4,5 x 3 m, einer maximalen Bandgeschwindigkeit von 50 kmh und einer maximalen Steigung bis 25 % optimale Bedingungen für anspruchsvolle Anwendungen im Hochleistungssport. Das Band wiegt über 11 t und ist eines von wenigen dieser speziell angefertigten Laufbänder in Europa. Die neuen Leistungslabore erlauben uns, standardisierte Testbedingungen mit konstanten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitseinstellungen sicherzustellen. Herzstück dieses Labors ist das große Laufband, welches uns ermöglicht, sportartspezifische Leistungsdiagnostik für verschiedene Disziplinen wie Skilanglauf, Biathlon oder Mountainbike durchzuführen. Dies beinhaltet die Erfassung relevanter Leistungsfaktoren wie maximale Sauerstoffaufnahme, Leistung an der Laktatschwelle und Kapazitätstestleistung. Zusätzlich lassen sich Wettkampfstrecken simulieren, welche Athletinnen und Athleten im Hinblick auf Großevents wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften das physiologische Anforderungsprofil des Events trainieren lassen. Nach den Tests folgt deren Auswertung und das anschließende Feedback an die Athletin oder den Athleten und den Coach. Die jährliche Leistungsdiagnostik ist ein fester Bestandteil im Saisonaufbau und gibt eine Standortbestimmung. Damit lassen sich Fortschritte in unterschiedlichen Leistungsbereichen sichtbar machen und Anhaltspunkte für das weitere Training geben.